Jo Leute, gleich beginnt der Livestream, also in ca. 40 Minuten, gleich kommt auch noch Minecraft Lob, da habe ich auch noch mal ein paar Dinge anzusprechen und ja, um 20 Uhr beginnt der Livestream, wenn ihr vorbeischauen möchtet, unten in der Beschreibung ist der Link dazu und dann würde ich sagen, ich freue mich auf euch Leute, bis gleich und tschüss!